Die Bullen scheinen gut drauf zu sein. Zumindest mal haben sie den Kurs noch ein bisschen weiter nach oben gedrückt und das ist ein gutes Zeichen. Denn je höher der Markt jetzt steigt, desto weniger realistisch ist es, dass es nur eine Korrektur in der Abwärtsbewegung ist. Aber schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Fangen wir mit dem Dow Jones in dem Fall an. Wir hatten ja die starke Abwärtsbewegung seit den letzten Tagen. Ich mache das nochmal groß hier im Tageschart und so halbwegs den Verdacht, dass das, was wir hier haben, Pause hier, zack, Pause da, eine Abwärtsbewegung ist, die irgendwann mal in eine Pause geht. Pause sieht gerne A, B, C mäßig aus und dann besteht die Gefahr, dass die Marktteilnehmer an dieser Stelle ernsthaft drüber nachdenken, na, was wollen wir denn jetzt machen? Soll es weiter nach oben gehen oder soll es nach unten gehen? In Anbetracht dessen, dass dieses Tief, was wir hier hatten jetzt vor einigen Tagen, am 25. August war es, dass dieses Tief sich doch deutlich überschneidet, auch mit diesem Rücksetzer, mit diesem hier sowieso, das haben wir seit Tagen schon besprochen, scheint mir die Variante der Abwärtsbewegung durchaus, naja, nicht untypisch. Aber wollen wir mal schauen. Dafür müsste der Markt dann auch so langsam, aber sicher mal in die Pause gehen. Das heißt nicht weiter klettern, denn je länger dieser Arm wird, selbst wenn dann eine Korrektur ist, dann liegen wir weiter nach oben. Dann haben wir immerhin noch weiterhin steigende Aufwärtsbewegung, also noch nicht wirklich das Ende. Nichtsdestotrotz, auch das wäre, wenn ich ehrlich bin, nur mäßig attraktiv, denn die vielen Überschneidungen, die wir dann hätten, würden nach wie vor dafür sprechen, dass das nicht die Hauptrichtung ist. Also ich habe beim Dow Jones das dunkelbraune Gefühl, dass das tatsächlich nochmal nach unten geht und deshalb die Idee, die dahinter steckt, dass wir in diese Zone einfach reinlaufen. Da sind wir schon drin, in unsere klassische Rückläuferzone, 38, 50, 61, 8. Aber bisher sind wir es nicht korrektiv. Das heißt, die nächste Bewegung, weil das eben überhaupt nicht korrektiv ist, wäre schick, wenn es korrektiv runterkäme, um dann vielleicht dann noch diesen hinteren Arm in irgendeiner Form mitzubekommen. Wir werden es die nächsten Tage erfahren. So viel zum Überblick. Gehen wir mal ins Detail ein bisschen rein. Der aktuelle Anstieg, den wir hatten im 4-Stunden-Chart, der macht ja einen ganz properen Eindruck, wackelig runter, wie gesagt, würde mich für Käufe durchaus begeistern. Und wer sagt, wie sieht es denn auf den verschiedenen Zeitebenen aus? Wir haben witzigerweise im 5-Minuten-Chart was. Ich weiß nicht, wie schnell ihr dieses Video gucken könnt, aber schaut euch mal an. 5-Minuten-Chart, das ist von dem höchsten Punkt hier, haben wir eigentlich nichts anderes wie eine schnelle Abwärtsbewegung. Jetzt im Moment wackele ich hier gerade hoch und der Verdacht, je nachdem, wie schnell ihr das Video gucken könnt, schaut euch das gerne mal an, verfolgt das mit oder im Zweifelsfall im Nachgang, dass wenn der Kurs dann diese Zwischentiefs durchstößt, wäre das entsprechend ein Short. Wie weit müsste der Kurs korrigieren? Ich mache das mal groß. Gehen wir mal für die Intraday-Freunde ein bisschen tiefer ins Detail hier. Der höchste Punkt, nee, das ist zwar der höchste Punkt, so halbwegs, nee, höchste Punkt bis tiefste Punkt gemessen. 38, 50, 61, 8. Da müsste der Kurs reinlaufen, das Korrektiv. So halbwegs korrektiv sieht das schon aus. Wenn ich jetzt müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, irgendwo hier wäre der Trigger für die Short-Seite. Jetzt würde ich mir fast noch wünschen, komm, jetzt geh noch mal einen höher, damit wir im Rahmen dieser Aufwärtsbewegung hier vielleicht jetzt doch noch mal ein bisschen höher gehen. Und dann wäre das hier mein Short-Trigger, dieses Zwischentief. Wenn ihr euch jetzt wundert, welches ist das? Da guckt euch mal das Tief an im 5-Minuten-Chart. Das war um 17 Uhr, ziemlich genau, am heutigen 30. August. Also noch nicht so arg lange her. Das wäre unter der Voraussetzung, dass er noch mal einmal höher geht. Warum höher? Dann wäre das das letzte Hoch, hier wäre das vorletzte Hoch. Das Tief dazwischen ist für mich der Trigger für die Short-Seite. In hoffnungsvoller Erwartungshaltung, dass er das, was er vorne gemacht hat, da hinten nochmal macht. Ihr seht, da ist Potenzial dahinter. Das ist nicht, dass das 100% sicher funktioniert. Das ist nicht die Aufgabe dieser Überlegung. Sondern die Überlegung ist, dass die Voraussetzung, dass wenn das eine Korrektur ist und die tatsächlich abgeschlossen ist und das Verlassen des Trendkanals, das ist nur nicht immer so genau, weil die Linien ja häufig nicht millimetergenau da angelegt werden können. Wir gehen mal hier auf Minute, dass wir es noch detaillierter sehen. Ihr müsst das nicht im Minuten-Chart euch angucken, zwingend. Aber dann habt ihr vielleicht noch mehr Details. Hier seht ihr so diese Zwischentiefs. Das letzte Hoch war hier, das davor war da, das Tief war hier. Ein bisschen arg weit weg. Kann man aber auch machen. Also der Kurs ist hoch genug gegangen. Ich mache die Zeichnung jetzt gerade nochmal. Jetzt machen wir es gerade aus Übungsgründen nochmal. Also wir haben zumindest mal hier gesehen, dass er hier hinläuft. Und die Überlegung ist, wenn er tatsächlich das durchstößt, dass er dann quasi die Bewegung, die er hier vorne gemacht hat, also diesen Rücksetzer, dass er das, das war die starke Bewegung, die schnelle, dass er das nochmal fortsetzt und dann sogar hier runter geht. Also ihr seht so die 1 zu 1 Projektion. Beim Future lag das bei ungefähr 34.723. Ihr könnt es aber mit Zeigefinger Daumen auch auf eurem Lieblingschart dann entsprechend so übertragen, wenn ihr jetzt das nicht so ohne weiteres machen könnt. Und andere Alternativen ist, zeichnet euch hier irgendwie sowas ein oder von mir aus auch ein Pfeil. Das gibt es in ganz vielen Schadsoftware. Und dann könnt ihr diesen Pfeil hier verschieben und dann landet der natürlich ja auch auf der 100er Marke. Also das ist relativ leicht darstellbar. Das ist so ungefähr die Erwartungshaltung. Wenn das wirklich eine scharfe Bewegung ist, ich würde sagen, sie qualifiziert sich durchaus. Wenn das eine Korrektur ist, im Moment qualifiziert sie sich dafür auch. Dreiwelligkeit ist ein ganz gutes Zeichen. Oder nehmen wir mal, er geht doch nochmal einmal höher. Dann wäre sie nicht dreiwellig, aber sie wäre mit Gegenbewegungen, die überschneiden. Also ihr seht, viele Qualifikationen, die dafür sprechen, das ist korrektiv. Jetzt brauchen wir nur noch einen Hinweis, wann ist denn das zu Ende? Und der Bruch eines Zwischentiefs ist da so eine Marke. Manch einer würde sich jetzt wundern, wenn Schritte, warum gehst du denn da nicht da an der Stelle? Weil das eigentlich ja in der Abwärtsbewegung ist. Denn der Startpunkt dieser Abwärtsbewegung ist ja dann jetzt hier, weil es der höchste Punkt nach der Korrektur war. Und innerhalb der Bewegung ist das keine so gute Bestätigung. Das ist aber hier die Korrektur und das ist der Zwischenpunkt der Korrektur. Also immer darauf achten. Nehmen wir mal an, der Kurs geht einen höher. Dann geht die Korrektur ja bis hier und dann ist dieses Tief ja innerhalb der Korrekturbewegung und wäre wiederum ein guter Trigger. So, jetzt, warum ist das gut oder nicht gut? Naja, die Wahrscheinlichkeiten für solche Verlaufsmuster sind verhältnismäßig hoch. Und wer sich jetzt hofft, na, verhältnismäßig hoch, 95%, 97%, 98%, sag mal, nee, deutlich schlechter. Aber, selbst wenn sie nur 50-50 wäre für dieses, wo man jetzt sagt, wie jetzt, verhältnismäßig hoch? Naja, verhältnismäßig hoch, wenn die Korrektur wirklich zu Ende ist. Und es ist ja denkbar, dass die Korrektur halt später doch noch mal ein bisschen weiter geht. Oder es gibt gewisse Sonderformen, diese Flat-Korrekturen und anschließend dann runter. Also die Chance für sowas ist relativ groß. Nachteil ist allerdings, dann müsste ich den Stopp relativ weit weglegen. Ja, relativ weit weg ist jetzt kein Drama, aber gibt mir schlechtere Chance-Risiko-Verhältnisse. Deshalb der Ansatz, die Idee wäre, wenn ich einen relativ engen Stopp wähle, von mir aus in dieser Größe, aber eine Zielweite habe in dieser Größe, dann seht ihr schon, selbst wenn meine Treffer, ich habe es ein bisschen hier nicht genau gezeichnet, aber so ungefähr, dann seht ihr, selbst wenn meine Trefferquote 50% ist, habe ich immer noch deutlich mehr Gewinn im Durchschnitt bei den Trades, als ich hier riskiere. Also ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen versteht, weil viele gehen immer noch davon aus, dass wenn man nur wichtig genug tut im Internet, dann kann man die Zukunft vorhersehen, ich kann das nicht. Ich kann nur sagen, was sind typische Verhaltensmuster, ohne zu wissen, ob als nächstes der Markt sich typisch verhält. Das weiß ich einfach nicht, keine Ahnung. Aber es ist grundsätzlich nicht schlecht, davon auszugehen, dass typisch jetzt nicht super selten ist. Und das andere ist, wie gestalte ich das Ganze, dass es für mich eben vorteilhaft ist. Und der andere Stop, den ich hier oben mal genannt habe, der hätte dann eben diese Entfernung zum Stop, der hätte diese Entfernung zum Target. Dafür hat er aber die höhere Trefferquote. Also die Trefferquote ist deutlich höher, wenn ihr dann hier Short gehen würdet, also immer unter der Annahme, er geht nochmal bis dahin. Oder von mir aus könnt ihr auch den nehmen, dann für die Geschichte. Aber da seht ihr, dieser hat viel mehr Chance-Risiko-Verhältnis, also viel mehr Gewinn als Risiko. Aber dafür ist die Trefferquote nicht ganz so hoch. Dieser hat eine deutlich bessere Trefferquote, aber dafür eben auch weniger Gewinn, wenn es gut geht, im Verhältnis zum Risiko. Ihr müsst euch immer vorstellen, das ist wichtig, viele machen das nicht, beherzigen das nicht, zum guten Risikomanagement gehört oder eigentlich zum Money-Management gehört, dass man als Händler immer den gleichen Betrag riskiert. Das könnten 100 Euro sein, vielleicht auch 10 Euro oder, keine Ahnung, 37,50 Euro. Je nachdem, was für euch ein vernünftiges Risiko portrayed ist. Oder 500 Euro, wenn ihr ein großes Konto habt, das ist kein Thema. So, und diese Risikogröße ist immer die gleiche. Ob ich diesen Stopp wähle, ich verliere 100 Euro. Oder diesen Stopp wähle, ich verliere 100 Euro. Nur als Beispiel mit auf 100 jetzt gerechnet. Wie geht das denn? Der Stopp ist doch viel weiter weg. Ja, hier kaufe ich vielleicht nur einen, aber da der Stopp hier halb so weit ist, kann ich sogar zwei Stücke kaufen. Und das heißt, ich habe also dann in dem Fall nicht nur die doppelte Weite oder die dreifache Weite, sondern diese Weite mal zwei, beispielsweise. Ja, weil wenn ich diesen hier habe, dann will ich ja auch 100 riskieren. Da der Stoppweite aber halb so weit ist, kann ich die doppelte Menge kaufen. Das heißt, gleiches Risiko, aber doppelte Gewinnseite. Ja, während ich hier habe ich halt, wenn ich hier 100 riskiere, habe ich hier, sagen wir mal, gefühlsmäßig so 120, 130 gewonnen. Ich habe es jetzt nicht genau gerechnet. Ich will nur euch den Zusammenhang zeigen, weil vielen das gar nicht bewusst ist, dass das etwas ist, was den Trader ausmacht. Das muss man nicht genau so machen, wie wir das machen. Ja, also das ist jetzt nicht der Tipp, genau so und nichts anders funktioniert. Da könnt ihr andere Varianten bringen. Ihr könnt andere Instrumente damit oder Indikatoren noch mit reinbringen. Ich möchte euch aber sensibilisieren dafür, dass ihr das Traden so auffasst, damit ihr versteht, wie die Mechanik ist. Denn die ist letztlich der Erfolgsbringer, nicht die Vorhersage der Zukunft. Da tun sich viele schwer, die sagen, ja, deine Vorhersagen, ja, meine Vorhersagen sind völlig egal, wenn ich ehrlich bin. Sondern es geht darum, wie gestaltet man das Ganze aus? Was ich euch immer gerne so im Groben zeige ist, was ist das vorrangige Bild, damit ihr auf der besseren Seite der Wahrscheinlichkeit seid? Und das Zweite ist, wie gestaltet ihr das? Aber diese Gestaltung ist sehr individuell. Das müsst ihr für euch gucken, ob ihr sagt, nee, Röder, Trefferquote. Ich brauche schon Trefferquote. Ansonsten, ich mache mich jedes Mal verrückt, wenn da ein Minus-Trade ist. Während es andere Menschen gibt, die sagen, komm hier, wenn dann soll es richtig, knallen hier auf dem Konto. Minus macht gleich viel. Und wenn es ein paar Mal Minus ist, mir auch egal. Aber wenn er ins Ziel läuft, dann will ich richtig sagen können, Wah, das war es jetzt. Da sind die Menschen sehr unterschiedlich. Man kann auch gemischte Strategien. Wir selber haben häufig sogar einen Teil mit diesem engeren Stopp, häufig einen Teil mit dem etwas weiteren Stopp. Und dann freuen wir uns über den etwas sicheren Gewinnanteil im Verhältnis zu dem etwas schöneren Gewinnanteil, der leider noch nicht ganz so häufig da ist. Tipp übrigens noch zum Nachziehen. Auch das ist wieder ein Parameter, den man mit berücksichtigen muss. Wenn ihr den engeren Stopp hier habt, wäre vielleicht auch nicht so schlecht ein Nachziehmechanismus. Das könnte zum Beispiel der Supertrend sein. Ihr seht, dass der Supertrend, also ich will jetzt nicht den überglorifizieren, der Supertrend ist nicht der beste Indikator, klingt zwar super, aber das ist nicht der beste Indikator, den wo gibt oder sowas, sondern das ist einer, der in normalen Trendphasen aber meistens nicht so schlecht ist. Hier, da, hier war nicht so schön trendy, da hat er Pause, aber das ist auch zack rausgeflogen. Aber hier war wieder schöner Trend, hier war schöner Trend. Wenn ich hier wieder einen schönen Trend erwarte, dann könnte man den auch benutzen. Aber auch wieder Tipp aus der Praxis, den würde ich jetzt nicht auf Minutenbasis, erstens müsste ich jede Minute nachziehen, und zweitens ist er ein bisschen arg eng. Dann wechsle ich häufig die Zeit und gucke mal fünf Minuten. Naja, fünf Minuten war er in Trendphasen meistens auch nicht so schlecht. Ja, ein bisschen hier schade, da ist man dann notfalls mal rausgeflogen. Aber eigentlich kann man sagen, naja, das Prinzip des Trends deckt er eigentlich ganz gut ab. Also die Idee ist, wenn ich jetzt hier im Fünf-Minuten-Chart diesen Super-Trend hinterherziehe nachher, dann bin ich wahrscheinlich einigermaßen safe. Aber je dichter ihr rankommt ans Ziel, da seht ihr, wenn der, nehmen wir mal euer Ziel wäre jetzt hier oben gewesen, ist jetzt nur mal angenommen, dann ist der ganz schön weit weg. Und dann ist es so super, wenn man gegen Ende auf dem Parabolic, das war jetzt in dem Fall allerdings kein großer Unterschied, aber häufig ist es so, dass der Parabolic dann gegen Ende enger zuzieht. Das heißt, je dichter wir aufs Target laufen, also gerne zum Beispiel an der 70er Marke, einige kennen das von uns, der ST70SAR, so nennen wir das, Super-Trend bis zur 70er Marke und ab dann wechseln wir auf den engeren aus Super-Trend und Parabolic, um möglichst eng hinten bei der Zielmitnahme da zu sein. Wenn ich aber hier keine Gewinnmitnahme plane, sondern sage, ah, da fällt bestimmt auch noch weiter, dann lassen wir es beim Super-Trend. Aber das ist eine andere Geschichte, da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber für euch als Anregung, wenn ihr heute Nachmittag noch überlegt, Mensch, kann man da was draus bauen? Überlegt euch so eine Komponente oder zieht entsprechend der Verhaltensmuster hinterher, wenn ihr wieder kleinere Korrekturen kriegt, dass ihr dann immer von Korrektur zu Korrektur entsprechend nachzieht. Also, so seht ihr, aktuell würde ich sogar sagen, für den Nachmittagshandel macht mir das den Eindruck, dass es eine realistische Chance gibt, dass wir nochmal nach unten gehen. Dafür müsste er aber die Abwärtsseite triggern und für diesen Trigger, den ich hier gesagt habe, nochmal einmal höher gehen als den. Das habe ich ja eingangs erklärt. Ich hoffe, das habt ihr euch gemerkt, sonst guckt ihr das notfalls nochmal vorne in dem vorderen Teil an. Wie passt das jetzt zusammen mit dieser Überlegung? Na ja, eigentlich erwarten wir doch sowieso, dass wir nach diesem Anstieg, den wir jetzt hier hatten, die letzten Tage, mal einen Rücksetzer haben. Das könnte ja genau hier der Start sein, dieses Rücksetzers. Also das wäre so ein Ansatz dafür. Das muss jetzt nicht passen, aber theoretisch abwärts, ab sofort wäre ja denkbar. Mal sehen, ob wir das bekommen. Wackelt der Kurs nicht da unten durch, durch diese Marke, die sogenannte Trigger-Marke, sondern geht nach oben, dann halt vorläufig noch nicht, dann warten wir halt auf diesen Rücksetzer, um dann später hier long zu gehen. Das Prinzip ist exakt das gleiche. Schub hoch, Korrektiv, Trigger hier, Stop hier, beispielsweise vereinfacht oder die 78er und die Gewinnmitnahme, das da oben nochmal. Und dann seht ihr, haben wir wieder das gleiche Spiel. Relativ viel auf der Guthaben-Seite, relativ wenig auf der Risiko-Seite und das war die starke und das war die schwache. Tipp, sucht immer die starken Seiten und geht davon aus, dass er vorrangig nach der schwachen Seite wieder in starke Richtung weiterläuft. So, wollen wir kein DAO-Special machen, sondern nochmal Index-Update am Nachmittag gucken, was bei den anderen unterwegs ist. Das sieht so ein bisschen ähnlicher aus beim S&P, auch hier, 5-Minuten-Schub runter, aktuell wackelig. Also die Quintessenz wäre die gleiche, die wir haben. Ein bisheriger Trigger wahrscheinlich hier, wenn er noch ein bisschen höher geht, da. Diese Regel gilt für uns übrigens nur, solange er nicht durch die 78er Marke durch ist. Warum das jetzt? Die 78er Marke ungefähr da. Also es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Jetzt habt ihr ja schon rausgehört, was ist das typische Bild. Und wenn er das macht und wenn der zu hoch geht, wenn er da durch geht, ist dieses Bild noch immer möglich. Aber hat dann eine deutliche, die Wahrscheinlichkeit, dass das folgt, so wie ich das jetzt hier gezeichnet habe, liegt bei unter 10%. Wir wissen alle, 10% kann passieren. Oder auch 8%, 7% kann passieren. Aber es ist eben so wenig typisch, dass ich nicht sagen würde, boah, kannst du dich drauf verlassen. Das heißt, für uns ist das die Killer Marke, dieser Kill Switch dazu. Wenn er da durch geht, durch diese Marke, dann ist meine ganze Idee vorläufig erstmal futsch. Dann musst du sich neu organisieren. Können wir später nochmal gucken, was wir draus machen. Also, ihr seht nachmittags vielleicht jetzt sogar noch die Chance, sich Short triggern zu lassen, wenn der Markt da mitmacht. Dieses mit der 78er-Regel, das geht auch beim Dow Jones, könnt ihr selber dann mal anwenden. Im größeren Bild spannend, ob die Abwärtsbewegung dann korrektiv ist und mir später einen Long Trigger bietet, nochmal für weiter aufwärts. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich es fast schon am schönsten, wenn der Markt das macht. Das würde am Ende sogar mit der Saisonalität irgendwie zusammenpassen. September, Oktober ist eh so ein Monat, wo man sagt, da kann er auch nochmal runterkommen und dann soll er halt danach wieder nach oben gehen. Dann sind dann vielleicht auch die Notenbanker wieder an der FED und wo auch immer gut drauf und sagen, Mensch, jetzt wird es doch wieder viel besser. Also, fast würde ich mir das schon wünschen, wenn ihr euch jetzt wundert, naja, gut, wir haben ein paar Long Positionen, für die wäre das nicht so schön, aber wir haben auch ein paar Short Positionen, für die wäre das super. Also insofern wird es dann ein paar Gewinnmitnahmen geben, leider nicht im Target, sondern irgendwo auf halber Strecke, aber damit kann ich im Zweifelsfall auch leben. Aber für das Muster wäre das beim S&P vielleicht gar nicht so schlecht hier als Verhaltensmuster. Einfach jetzt die Pause, denn wir sind jetzt eh im Moment noch, auch wenn ich mir diesen Anstieg bisher angucke, also ich bin noch nicht so sicher, dass das hier passiert, wenn der Kurs jetzt hier steil runter geht, noch relativ steil runter und dann sogar diesen Trendkanal oder das durchstößt, ja, dann kommt die Marke 4300, 4250 doch möglicherweise schon noch schneller, als das dem einen oder anderen lieb ist. Das ist im Kleinen hier quasi ähnlich, also da erzähle ich euch nichts Neues beim Nasdaq, da ist sowohl das im 4-Stunden-Chart sehr ähnlich, als auch im 5-Minuten-Chart sehr ähnlich. Handelbar finde ich fast am schönsten den Dow, weil das da am wenigsten gestiegen ist. Ansonsten gelten hier aber die gleichen Regeln und Maßnahmen und ebenfalls die Überlegung, dass zack und jetzt noch mal einmal runter die nächsten Tage, also nur mal einfach, dass wir uns das mal so vergegenwärtigen. Das, was wir hier hatten, nehmen wir mal an, der kriegt jetzt den Dreh, dann wären wir bis zum Ende September, wären wir dann hier unten, vielleicht braucht er auch ein bisschen länger, dann wäre es bis Oktober und dann können wir uns so langsam, aber sicher von diesen Niveaus aus vielleicht auf die Jahresendrallye vorbereiten. Also im Prinzip wäre das dann entweder diese Variante oder die Alternative wäre, wir kriegen jetzt quasi das Pendant dazu, das wäre dieses ABC. Da der Anstieg bisher noch sehr übersichtlich dynamisch ist, in den einzelnen Strecken schon, wenn es, wie gesagt, korrektiv geht, würde ich sagen, naja, vorläufig weiter long. Aber wenn der jetzt wirklich fallend runter geht, also steil runter geht und nur wackelig nach oben, spätestens, also frühestens, also das wäre natürlich ein Short, hier an der Marke wäre ein weiteres Indiz für die Abwärtsseite und an der Marke, dann sind wir ruckzuck nochmal unterwegs Richtung 14.000, was sicherlich kein großes Drama wäre, dann hätten wir halt das eine Nummer größer Bild und könnten dann irgendwann beruhigt später in die Jahresendrallye reingehen. Gilt das auch für den DAX? Das ist ja die große Frage, der ist ja immer so ein bisschen anders unterwegs. Beim DAX, solange wir noch oberhalb der 15.200, 100er Marke sind, bin ich ja ganz guten Mutes. Also insofern alles noch safe. Ansonsten diese Dreiwelligkeit nach oben, die haben wir hier auch. Ihr seht das, A, B, C. Hier gilt das Gleiche, der Trendkanal ist schon mal so eine Indikation, dieses Ding hier. Also wenn wir das Tief hier vom 25. August durchstoßen würden, dann ist 15.400 bis 300, notfalls 200 noch. Da bin ich dann relativ sicher, dann sehen wir die auch noch. Dann frühstückt er die Marken ab, bleibt er oberhalb der 15.100, bin ich gar nicht so pingelig. Geht er da durch, bleibt es bei 14.000 notfalls noch mal, dass er da noch mal runter geht. Also ein gutes Stück tiefer und dann in der Hoffnung, dass wir dann hier auch irgendwann die Jahresendrallye dann halt von diesem tieferen Niveau aus starten. Also da ist noch nicht alle Tage Abend. Ansonsten gehen wir kurz auf den DAX Future. Das ist jetzt hier im Prinzip sehr ähnlich. Also das ist der DAX im Moment. Schub runter A, B, C, Trigger hier. Nur der Index, der hat in ein paar Minuten Schluss. Deshalb gehen wir hier noch mal auf den DAX Future. Da sieht es aber grundsätzlich genauso aus. Schub runter A, B, C. Möglicher Trigger für die Short-Seite wäre das. Fünf-Minuten-Chart finde ich grundsätzlich zwar handelbar, aber jetzt sind die ja auch im Feierabend-Modus. Da muss man sich dann überlegen, ob man das hier jetzt noch reiten will, das Pferd oder nicht mehr oder ob man dann nicht lieber auf die Amerikaner geht. Wobei ich sagen muss, das Bild hier gefällt mir grundsätzlich gut. Also die Erwartungshaltung, wenn er das triggert, das wissen wir ja noch nicht, dass er das dann entsprechend fortsetzt. Dafür sind die Chancen verhältnismäßig hoch. Das ist ein sehr typisches Bild. Und es lässt sich von der Gestaltung so vornehmen, dass man da wahrscheinlich viel Spaß mit hat. In diesem Sinne, euch jetzt viel Spaß mit den Märkten. Alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.